moin moin und willkommen zurück ihr lieben ja ich bin zurück von der messe und wie ihr vielleicht hört ich bin super erkältet also hat mir schön ein virus von der messe mitgenommen keine sorge kein corona und ja es steht ja wieder ein miniatur malvideos an ich hätte eigentlich was vorbereiten müssen gestern bin aber einfach komplett irgendwie vier stunden auf dem sofa weggeratzt und ja basti hat mich aufgeweckt deswegen ja muss sie mir heute noch ein thema raussuchen wie ihr seht ich habe heute wieder ein assistenzschwein am start das heißt heute wird gequatscht das ist die liebe Miepel die hier ganz genüssig ihre kekse isst und ja ich bin ja auf der messe vielen leuten begegnet viele die so gerade am anfang sind oder gerne einsteigen wollten dann dachte ich naja machen wir vielleicht noch mal so ein paar kleine einsteiger tipps die es ja hier immer gibt und habe mir dazu ein bisschen was aufgeschrieben und den ersten tipp den ich habe der hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an aber sucht euch ein oder zwei bemalkanäle raus der so eurem style entspricht und bleibt erst mal nur bei denen jetzt sagen welche so ja sarah will ich nur die konkurrenz weg hauen und sonst was nein also wenn euch mein content nicht gefällt oder meine hilfestellungen sind nicht so was für euch ist das überhaupt kein thema wenn ihr zu wem anders geht warum sagt sie ein bis zwei kanäle weil ja jeder kanal auch ein bisschen ja anders funktioniert jeder hat einen anderen bemalstil also manche werden euch ja sagen manche erkennen schon mein stil wenn ich mal irgendwie was posten sie ja okay ist das für sache mal oder es gibt ja wirklich sehr viele andere künstler die hat irgendwann sonst die entwickeln und nicht jeder ist für jeden was und jeder diskutiert auch ein bisschen anders also ich hatte das zum beispiel gerade zur corona zeit wo ich ja den kanal angefangen habe da habe ich einen kanal nur angefangen weil einer hat eine frage gestellt und es gab 20 verschiedene antworten und ich finde immer das verwirrt halt super dolle wenn hinten gibt es übrigens protest weil miepe jetzt hier draußen ist und keks essen darf das heißt es verwirrt halt ein bisschen sucht euch ein zwei kanäle raus mit denen ihr gut zusammenkommt und guckt erst mal vielleicht nur da ihr werdet dann vom algorithmus bei youtube natürlich auch ganz viele andere vorgeschlagen bekommen da könnt ihr dann später mal reingucken jeder hat so eine andere technik jeder ist irgendwie interessant weil jeder auch so eine andere herangehensweise hat aber am anfang bleibt bei ein bis zwei leuten und ja schaut erst mal ein halbes jahr bei denen das zeug und dann könnt ihr immer noch ausbranchen und was anderes machen gucken so dann gibt es noch habe ich dich erschreckt das tut mir leid dann gibt es noch farbe bei farbe ist es genauso sucht euch einfach eine vernünftige starter range aus mit der ihr anfang ich meine jetzt nicht die ikea billigfarben ich meine aber auch nicht dass ihr gleich auf scale oder auf monument wechseln müsst ich habe dazu auch ein einsteiger video aber ich empfehle halt immer weil echo game color weil ich finde das ist der preis leistungssieger was das angeht gerade jetzt mit der neuen game color range auch noch mal und also army paint das auch sehr kostengünstig für den einstieg finde ich tatsächlich qualitativ halt nicht so gut deswegen empfehle ich immer weil echo dann holt euch erstmal davon die farbe und malt erstmal mit denen ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwie die so hier hier kannst du essen hier gibt geht es weiter ihr müsst jetzt nicht gleich irgendwelche pro acryl flaschen oder sonst was kaufen da könnt ihr später immer noch selber ausprobieren aber sucht durch diese eine range aus guckt erst mal bei damit zurecht kommt und dann kann man sich immer noch so einzelfarben erst mal von anderen ranges einkaufen um mal zu gucken ob das funktioniert weil es hilft halt zum beispiel nicht gerade hier bei dem pro acryl das ist ja so meine go to range zusammen mit der scale und ich hatte letztens zum beispiel auch einen zuschauer ein kumpel der öfters mal vorbeikommt das ist der florian der hatte sich dann halt auch eine flasche davon gekauft hat gesagt du ich komme damit überhaupt nicht zurecht kannst du haben und wenn ihr euch dann gleich die ganze range einkauft und sagt so herr irgendwie funktioniert auch gar nicht das soll doch die beste farbe sein ist es vielleicht die beste farbe für mich aber es ist halt nicht die beste farbe für euch deswegen kein problem erst mal bei den kosten günstiger zu bleiben und es gibt auch maler die bis zum ende mit valecho malen deswegen ja schießt euch da was ein wo er mit gut zurecht kommt ihr müsst nicht irgendwie jetzt losgehen und chimera kaufen das gleiche zählt für pinsel kauft euch gute aber nicht überpreisiger also nicht professioneller manche leute werden euch sagen ihr könnt nur mit vincent newton malen ihr könnt nur mit rosemary pinsel malen ihr könnt nur mit diesem könnten mit das ihr werdet euch am anfang eure pinsel köpfe kaputt machen das ist die sache des meins dass ihr das erst lernen müsst und es ist halt schade wenn ihr euch dann so ein 12 15 euro pinsel zerrattet deswegen auch hier einen vernünftigen ich kann die davinci line immer empfehlen die gibt es auch größtenteils im hobby bedarf also in normalen artist bedarf die kosten zwischen drei bis vier euro es gibt auch mal so ein pinsel set bei amazon dass ich immer empfehle das ist aber immer wieder ausverkauft deswegen ist es immer doof das ja reinzuschreiben weil das wirklich sehr beliebt ist achtet darauf dass ihr vielleicht einmal kulinski sable brushes habt also einmal echte pinsel und durch meinen synthetik pinsel mitnehmen das immer alles durchprobiert aber wie gesagt auch da wenn dann die leute ja ihr müsst auf jeden fall den und den pinsel nehmen weil sonst könnte alles wegschmeißen nein also am anfang wie gesagt die pinsel werde ich kaputt gehen das ist ein arbeitsmittel das ist nicht schlimm passiert und ich randalier hier gerade die lampe um so dann die nächste sache ist licht also tatsächlich einfach eine gute beleuchtung haben weil es ist nicht schlimmer irgendwie unter schlechter beleuchtung zu machen das heißt guckt ob ihr euch irgendwie so eine gute hobby lampe oder so zulegt also auch da wieder es gibt ja so schreibtisch lampen von ikea und sonst was ihr sagt achtet bitte nur darauf dass ihr weißes neutrales licht mit dem machen könnt weil diese gelbstichigen lampen die verfälscht euch manchmal auch die farbe und es gibt immer diese eine geschichte die schon seit jahren erzähle ich habe mal bei blood rage den gelben schlangenklaren gemalt und ja habe da mit ink gearbeitet und habe das so gemalt und habe dann auch die haut danach gemalt und alles war gut und am nächsten tag als dann das sonnenlicht war hatten die alle gelbe haut aber dadurch dass ich unter diesem gelben licht gemalt habe hat sich das komplett raus gefiltert und es sah wie ein normaler hautton aus aber bei einem normalen licht dann halt nicht mehr muss ich den ganzen hautton noch mal machen deswegen guckt darauf dass ihr halt auch ein bisschen beleuchtung da hat das nächste das ist einer der schwierigsten punkte zeit und regelmäßig das heißt wenn ihr damit anfang dann guckt doch mal dass ihr vielleicht euch immer einen tag oder zwei tage in der woche raus nimmt wo er das halt abends macht und diese regelmäßigkeit die macht es einfach ich habe hier vor ein paar jahren das muss man eigentlich auch mal wieder machen diese besser meinen fünf wochen challenge gemacht und einfach diese regelmäßigkeit dieses ich male einmal in der woche in der woche dann wird es immer ein bisschen mehr zum ende hin dass man zum schluss zwei dreimal in der woche mal einfach um diese fortschritte zu sehen ihr werdet am anfang wird es halt ein bisschen dauern bis halt die fortschritte kommen muss halt dranbleiben und lasst euch da nicht verunsichern wenn dann halt irgendwer sagt so ah nee das sieht doch nicht gut aus oder man sagt selber das sieht doch nicht gut aus aller anfangen schwer ich mache mich auch über niemanden lustig die leute haben immer super angst mir irgendwelche bilder zu schicken und sagen du wirst ja bestimmt drüber lachen leute ich habe vor zehn jahren genauso angefangen was dachtet ihr wie meine figuren aussehen meine ersten waren mit tusche gemalt also das kann glaube ich keiner toppen alles gut und ja das ist auch schon der letzte punkt nicht verunsichern lassen aller anfange schwer bei jedem hobby es ist immer schön wenn ihr mit euren ergebnissen zufrieden sein könnt also manche die fangen dann an und denken so sie werden total traurig sein aber dann haben sie halt angefangen und merken so ach das ist zwar jetzt so mein ergebnis aber mir gefällt das und das ist letztendlich das was ihr erreichen wollt ihr wollt auf euer eigenes projekt halt stolz sein und es ist auch völlig egal was wer anders sagt oder sonst was meint das ist halt für euch und wenn ihr damit glücklich seid dann ist das völlig in ordnung und lasst euch da auch nicht verunsichern manche leute fangen dann an ihre figuren drei mal zu entfärben ich kann immer nur empfehlen lasst die figur stehen malt erst mal was anderes und zum schluss ist meistens so dass man sagt ach ich bin damit doch zufrieden ich habe glaube ich in meinem leben insgesamt glaube ich fünf oder sechs figuren entfärbt also das ist braucht da keine angst zu haben einfach anfangen und dann wird das schon und ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen meine quatscherei hier leute die jetzt hier schon ein bisschen länger dabei sind werden sich ein bisschen gelangweilt haben aber dafür habe ich ja die miepel mit die hier ganz süß und niedlich ihre kekche vor sich hin ist ich hoffe ihr bleibt beim hobby ihr könnt auch gerne immer fragen stellen mittwochs ist auch immer live twitch stream das bin ich auch viel gefragt worden auf der messe da hängen wir immer jeden mittwoch irgendwie zwei stunden rum zusammen und da wird erzählt auch über filme über brettspiele aber halt auch übers malen und wenn man da direkt mal fragen hat kann ich es meistens auch besser zeigen als ja so fragen im bei youtube selber da muss ich das dann ausschreiben muss halt gucken ob ich ein video dafür habe also kommt da auch immer gerne mal vorbei gerade auch wenn ihr vielleicht am anfang ein bisschen regelmäßiger mal rein wollt ist halt mittwoch von 20 bis 22 uhr mal immer dann kann man das für sich vielleicht ein bisschen zurecht legen und dann können wir alle zusammen ein bisschen painten und ja bevor ich mich jetzt hier noch mehr mit meinem krächt stürmchen um kopf und kragen rede hoffe ich habe euch ein bisschen weiter geholfen wie gesagt alle anfangen schwer ist ein schönes hobby und ich freue mich wenn ihr dabei bleibt und man sieht sich und mich ist ganz erstarrt wie beruf du erstarrt sagt tschüss mädchen tschüss tschüss